Sie sind hier, 7. Januar 2019, 16.33 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Boje Sörensen verstärkt die Abwehr des FC Bayern Urheberrecht, Getty Images der FC Bayern verstärkt sich mit der Dänen, Boje Sörensen. Die Abwehrspielerin kommt vom FC Rosengard und erhält einen langfristigen Vertrag. Bayern München hat sich mit der dänischen Nationalspielerin Simone Boje Sörensen, 26, verstärkt. Die Abwehrspielerin kommt vom schwedischen Rekordmeister FC Rosengard und erhält einen Vertrag, bis zum Sommer 2022. Wir freuen uns, mit Simone eine vielseitige und international erfahrene Abwehrspielerin für den FC Bayern gewonnen zu haben, sagte Bianca Reich, Teammanagerin Sport über die Vize-Europameisterin. Von Sportinformationsdienst